SINNE ist relativ weit weg von hier. Darum heisst es so, wir brauchen das relativ großes Budget. Wir sind auf Sponsoren angeklüssen. Wir haben bereits große Sponsoren im Boot. Leider reicht es uns nicht für das Budget. Aber wir haben jetzt gedacht, wir machen das Crowdfunding. Wir gehen so, dass wir uns alle zusammenbringen. Weil wir uns mehr die Einwohner ausgibt. Damit wir uns eine Sorge haben, um unsere Fälle zu retten. Die erste Staffel, die jetzt zum 25. Mal ausgeführt wird, können wir mit Teams mit Roboter spektakulieren. Die erste Staffel ist in der Logistik. Das heisst, wir wollen diese Teile zusammensetzen, um abgeben. Wir nehmen zu einem Team das Gegenteil. Wir nehmen das Gegenteil. Das Ziel ist, dass das jetzt Team mit bestimmten Produkten zusammenzustellen. Und wie kompliziertes Produkt wird, das Studenten mit dem Team zu nähern. Das Ziel ist es so, dass Studenten die Roboter programmieren. Und dann fahren die Roboter selbstständig. Das heisst, die Studenten sind dann nicht mit einer Färbedienung hinten dran. Und schauen, ob die Objekte da rum sind. Und dann die Roboter da rum steuern. Nein, man schreibt wirklich das Programm auf dem Roboter. Und dann sind sie während 20 Minuten einfach auf sich selber gestellt. Und müssen dann ihre Aufgabe erledigen. Und das ist auch eine riesige Herausforderung. Der Roboter muss dann die Hilfe von seinen Sensoren. Man muss schauen, wo sind die Stationen, wo sind die gegnerischen Roboter. Und dann sich den Weg da durchsuchen mit einer eigenen Karte. Die er sich laufend aufbaut. Und das ist jetzt eine riesige Herausforderung dieses Jahr. Dass man wirklich die Karten ganz komplett in den Roboter integriert. Also für den Studenten ist es natürlich sehr spannend, an dem RoboCut teilzunehmen. Weil einerseits ist der Stresstest. Also man muss dann wirklich da, was macht, fast eigentlich arbeiten. Und da bringt man den Studenten ein wenig an ihre Grenzen. Und das ist natürlich super, dass sie das auch erfahren dürfen. Und sie sind eigentlich im Nachhinein immer glücklich, dass sie mitmachen dürfen. Und das zweite ist natürlich die technische Challenge. Wirklich dann auch unter Stresssituation die verschiedenen technischen Komponenten zu beherrschen. Und auch in der Fehlersuche dann zu verstehen. Ah ja, wir haben eine Theorie, wir haben das und das gehabt. Wir tun jetzt das in der Praxis umsetzen. Und darum muss man das dann so lösen können. Das ist bei allen Komponenten, die wir verwenden. Ob das jetzt ein einfacher Sensor ist. Oder ein Akto. Oder ob es dann um komplizierte Karten geht. Die wir virtuell auf dem Computer aufbauen. Das Roboter weiss, wo all diese verschiedenen Elemente sind. Für die Wirtschaft, respektive für die Industrie ist es insofern super, dass sie wirklich Studenten bekommen, die frisch an der Presse waren, die einsatzfähig waren, die die neuesten Technologien angeschaut haben. Die belastbar sind, also nicht nur fachliche Kompetenzen, sondern Methodenkompetenzen haben. Die in einem Team haben super performen können. Und das würde ich sicher als größter Gewinn anlegen von diesem Projekt. Also am Schluss sind immer eigentlich alte Gestern gewesen, muss ich sagen. Am Anfang ist es immer etwas kritisch, aber eines Robocoups haben auch gesagt, sie würden wieder mitmachen. Einmalen. Auf Wiedersehen. So und auf. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020